besser hätte es nicht laufen können ganz ehrlich das ist doch super jetzt kann ich die eis sturm ich liebe das level einfach das sieht man mir einfach an ich liebe das er will alter ich naja gut machen wir es mal dein vater ist los so da unten dann da das ist das schon mal gut denn das dann das dann mache ich mal das 68 hier muss ich auch noch was machen das ist schon mal gut das ist schon sehr gut aus ich bin echt motiviert gerade so ein bisschen was soll ich darf es nicht sagen na gut ich habe es gesagt dann war mein fehler weil jetzt steigt alles schon wieder halt das maul da oben alter ich muss hier echt alter ich das ist noch kram tipp 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 ah das bringt auch nicht viel jetzt tipp Da oben. Ja, toll, das. Ich hasse Eissturm, Alter. Ich hasse das einfach. Ich bin da so ein Hater, Alter. Ich hab da so eine Art Neigung gegen, das glaubt ihr gar nicht. Alter. Wie gesagt, wer das erfunden hat, Alter, ich... Den würde ich so verkloppen einfach. Alter. Das ist so gelitten. Das ist so gelitten einfach, ey, ganz ehrlich. Ja, ist es der, der jetzt hier oben? Alter. Na, jetzt geht das. Mach ich das da und dann geht das wieder. Jetzt hab ich noch einen super Würfel, dann kann ich das da machen. 225, jetzt hab ich gleich geschafft, jetzt hab ich gleich geschafft. Nein, 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 komm, 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 komm. Los. Ja, yeah. Was? Jetzt aber, yeah. Was? Hey, den Willkommen, Abzeichen. Das ist schon mal super. Elite, Abzeichen. Oh. Trommelwirbel. Wir haben 100% geschafft. Mach nur die Facecam aus. Suchenmodus beendet. So, da bin ich wieder high. Ähm. Oh, das, äh, Alter, das war so eine Tortur gerade. Alter, ich... Äh. Ich frage mir doch gerade, was, was wir da machen. Zen. Zum Freischalten musst du 5 Level des Zen-Modus erreichen. Das würde ich gerade mal machen, weil ich mich gerade so ein bisschen beruhigen muss. Alter, ich... Äh. Alter, das ist, äh, ja. Zu doll. Äh, es ist doch einfach krank. Aber gut, dass wir das geschafft haben. Wir haben das jetzt 100%ig, den Suchenmodus beendet. Und, ähm, jetzt können wir uns den anderen widmen. Den anderen Sachen, die wesentlich leichter sind. Dem, dem, dem... Dem, dem, dem... Dem, dem, dem... Kann ich allerdings machen können. Ah, ja, gut. Ist ja keine Mission mehr, das kann ich ja alles... Level beendet. Ja. So. Ob ich das so mache wie im Test? Weil ich habe einen Test gemacht. Weiß ich noch mal. Alter ich bin so begeistert. Gerade. Auch wenn man mir das gerade nicht ansieht. Alter ich bin so begeistert. Alter ich Ich bin Kotz vor Freude. Nee ich bin echt begeistert. Dass wir das echt geschafft haben. Alter ey. Puh. Und ich kann es nur wiederholen. Sorry Leute dass ich da nicht so Sorry Leute dass ich da so Demotiviert geklungen habe. Aber. Ich mag das echt gerne spielen. Aber. Ganz ehrlich. Wenn da so eine scheiß Missionen kommen. Alter. Ich kann kotzen. Ganz ehrlich. Ist genauso wie bei 4.3 oder bei anderen Games. Das ist einfach so. Boah. Alter. Dann jusqu'nel ein Jahr haben. Hier haben wir schon mal was. Aber wir haben schon eine gold Medaille. Das ist schon mal super. Level drei. Da das die meisten sind und die meisten Funke bringt, habe ich das gemacht. Leute, ganz ehrlich, der unendlich Modus Der unendlich Modus bei Bejeweled 2 hört sich von der Musik her an, als würde man sich irgendwelche Pornos angucken. Das ist einfach nur eine Pornomucke. Ich meine gut, jetzt bringe ich mich selber in der Bedulie, weil woher weiß ich das? Was denkt ihr euch gerade? Aber ganz ehrlich, das hört sich an wie Pornomucke bei Bejeweled 2. Ganz ehrlich, die Musik ist wenigstens beruhigend, die ist schön. Die kann man feiern ohne Ende. Freunde, die kann man sich auch anhören, die Musik. Da kann man mitsummen, da kann man im Kopf wackeln, so wie ich gerade. Oder Schluckauf kriegen. Ja. Ich weiß nicht ob ich das schon gesagt habe, wahrscheinlich schon mehrmals. Aber bei Schluckauf hilft immer 10 Sekunden Luft anhalten. Obwohl das bei mir gerade komischerweise anders ist. Weil, ähm, ja, ich ladere ja jetzt und der Schluckauf ist komischerweise weg. Ich... Boah, keine Ahnung wie das passiert ist. Hm. Das ist schon wieder ein Mysterium eigentlich. Aber gut. Ähm, ja. Ich wollte ja eigentlich schon sagen, wegen Display und so, wann ich das machen will. Weil, ähm... Flatout 3 wird da wahrscheinlich schon fertig sein jetzt. Weil da mach... Weil da mach ich ja jetzt auch, ähm... Need for Speed, Moss Wanted und Falter, ja. Das haben wir ja geschafft. Falter und so. Need for Speed, Moss Wanted habe ich ja gemacht. Äh, mach ich ja jetzt gerade. Ich weiß auch gar nicht, was... Wann ich das jetzt hochlade. Die ganzen Let's Plays. Also das ganze Let's Play von Bejeweled 2, äh, Bejeweled 3. Ich weiß das noch gar nicht. Ich... Keine Ahnung. Kann auch sein, dass ich das irgendwo zwischenquetsche einfach... Oh, was hab ich denn noch? Ich hab noch 4-3. Ich hab noch, äh, ähm... Kann auch sein, dass ich das vorher zwischenquetsche, weil mein... Bei, ähm... Na, Pirate Galaxy... Bei Pirate Galaxy ist ja einfach so, ähm... Ja... Mein Bro hat ja auch nicht mehr Zeit. Vielleicht quetsche ich das einfach mal ein, zwei Parts zwischen. Ich weiß das ja nicht. Muss ich mal gucken. Vielleicht quetsche ich das auch ein bisschen zwischen. Zwei Parts hab ich ja aktuell noch. Wo ich das jetzt hier gerade aufnehme. Das war aber meine... Das war aber meine, äh, Selbstaufnahme. Wo ich alleine aufgenommen habe. Ähm... Aber ich frag mich... Wann wir das denn machen wollen. Also... Mein Bro und ich, so... Pirate Galaxy und so. Weil ich kann... Ohne meinen Bro kann ich das ja nicht kaum aufnehmen. Sonst wär's ja kein Let's Play Together mehr. Und, ähm... Ah, wär blöd. Aber er hat ja auch nicht immer Zeit. Weil er ja auch arbeiten muss und Schule hat und so. Also... Ja, er hat Arbeit und muss auch zur Schule. Ähm... Ja. Das ist halt so. Und... Das kann man halt nur zocken, wenn man Zeit hat. Ja, also... Und da ich... Oh, Alter, wie geil war das denn gerade. Und da man nur, äh, das zocken kann, wenn man Zeit hat. Äh... Gut, ich hab... Ich hab... Oft Zeit. Wenn ich nicht gerade ein Video belade oder das Render... Habe ich halt meistens Zeit, aber... Ja... Muss man halt gucken, ne? So, ähm... Wir gehen mal grad ins Menü. Dann werde ich, ähm... Mal eine Aufnahmepause machen, eine kleine. Ja, wir sehen uns gleich wieder. Dann machen wir... Mal klassisch. Und... Dann... Ja... Bis gleich heute. Tschüss. Jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter mit... Let's Play. Ja... Let's Play... Bejeweled 3. Und... Wir machen die klassischen Modus. Klack. So... So... Und ich sag nicht, dass ich hier das... Das... Die Facecam hier... So hinklatschen werde. Das, äh... Mach ich nicht. Oh, das hab ich jetzt schon gemacht. Ah... Hier ist einfach die Aufgabe. Ähm... Ja... Hier muss man spielen. Ähm... Hier muss man aufpassen, dass man hier auch Züge hat, die man auch machen kann. Wenn er sagt... Keine... Wenn er sagt halt... Keine Züge mehr... Dann... Ist das Level... Gescheitert. Also... Ist man halt gescheitert. Das ist halt ein bisschen schwierig. Bis Level 5 muss ich kommen. Also für alle Erwachsenen, ne? Alter... Goldkrone mit Cola. Alter... Ich find das so geil. Die Mucke ist doch schön. Dem, 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 dem... Dem, dem, dem... Dem, dem, dem... Dem, 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 dem... Die Musik holen. Dem... Ja, hier kann man auch auf sofort wiederholen klicken. Das mach ich auch grade mal demonstrationshalber. Ich guck mal hin. Boah! So. Ja. Ja, nur uns zu demonstrieren einfach und weiter geht's, dem Geschäft des Lebens. Wollen wir das mal machen, wenn das... Ah, ich hätte da oben... Oh, verdammt. Wieso sagt ihr mir nichts? Ach, verdammt. So. Oh, die Musik ist so geil, einfach. Den, 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 den. Kriegen wir einen Vierer irgendwo? Sehr schön. Nein, Hilfe! So. Oh. Die Reise, die... Alter, der Windzucht, der kommt, wenn man durch den Tunnel geht, alter. Alter, das ist echt... So fühlt man sich auch, wenn man Tunnel-Schwänz hört, einfach, ganz ehrlich. Alter. Boah, sieht das geil aus, ey. Alter, zu doll. So. Ich kann erst mal wiederholen klicken, aber das mache ich nicht. Da habe ich euch schon gezeigt, wie es geht. Ich kann es einfach sagen. Oh. Oh, wie geht's mir? Oh. Oh, was geht's? Oh. Oh, was geht's? Oh, was geht's? zehn sekunden luft angehalten so alter alle die reise immer zum nächsten feld alter ist einfach krank macht aber auch arbeit mit dem weil die facecam die muss ich ja auch trotzdem in die mitte ziehen auch langsam muss ich frame per frame machen das ist eine menge arbeit und die arbeit mache ich auch für euch auch ich werde mich selber zwar ausmeckern warum hab ich den scheiß gesagt und so aber die mühe mache ich mir einfach bei jedem display bei jedem display bei mir gibt es ab jetzt